Der menschliche Geist Der menschliche Geist Der menschliche Geist Die Frage ist, will ich hier runter? Warte mal, ich schau nochmal eben schnell auf die Karte Wo wir jetzt mit der Hütte Mit der Hütte waren Ach, da unten war das Okay Das heißt, wir befinden uns jetzt hier irgendwo Müssen irgendwie wieder nach oben kommen Oh Gott, ich will hier gar nicht runter 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 War ich hier schon gewesen? Das sieht mir so danach aus, als wären wir hier reingekommen, oder? Kann das sein? Ja Ach, guck mal einer an Jetzt sind wir wieder hier Warte mal, wo war die Karte? Das heißt, wir müssen jetzt theoretischerweise ja Uns hier in der Nähe von dem Lagerfeuer befinden Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen Müssen wir mal schauen Dass wir vielleicht dann wieder zum Ausgangspunkt Alles sammelt sich aber auch Was ich so sehe Um dieses Um die Steine herum, ne? Die wir am Anfang da gefunden haben Das große Gebilde Alles sammelt sich da rum Ich bin gespannt, ob wir noch ein paar mehr Hütten auch finden und alles Also so ein paar Ja Ein paar Hütten, wo wir mal reingehen können Um so ein bisschen zu untersuchen Weil die Hütte, die wir da gefunden haben Da möchte ich, glaube ich, nicht rein Ich glaube, in diese Hütte möchte ich, glaube ich, nicht reingehen Noch einmal Waren wir hier schon? Ach ja, hier war ja der Zettel, ne? Und da ging es auch ins Dunkle Ich gehe nochmal zurück Denn jetzt sind wir ja wieder am An den Totem, ne? Genau Das heißt, laut Karte müssen wir uns jetzt hier befinden Das heißt, wir gehen jetzt links Und die nächste Abzweigung rechts Obwohl, wir könnten auch mal hier versuchen Irgendwie hinzukommen Weil hier scheint der Weg ja auch noch da zu geben Oder sind das die Bäume hier? Und hier waren wir auch noch gar nicht Versuchen wir mal Also Jetzt links Und die nächste Abzweigung wieder links Probieren wir das mal So Links und die nächste Abzweigung wieder links Hier ist das Lagerfeuer Ich schaue nochmal hier Warte Okay, sind wir da unten? Lagerfeuer ist jetzt hier Das heißt, wir müssen jetzt Äh Moment, hä? Wieso ist das ein Lagerfeuer? Versteh mal einer jetzt, wer will Wir sind doch gerade hier gewesen, oder? Wie sind wir denn jetzt? Ich verstehe diese Karte nicht Ach, wir sind ja von oben runtergesprungen, ne? Scheiße, da kommen wir ja gar nicht mehr zurück Verdammt, Kacke Scheiße Wir können gar nicht mehr zurück Wir müssen quasi Verdammt Wir müssen quasi In die Richtung gehen Das heißt, wir müssen uns einen Weg unten durchbahnen Um wieder nach oben zu kommen Aber geht ja gar nicht Die Wege sind gar nicht angeschlossen Oder gibt's hier oben noch einen Alternativweg? Ich schaue nochmal eben Vielleicht gibt's hier noch so einen Alternativweg Den man hier finden kann Äh, hallo? Vielleicht einfach hier durchs Gestrüpp gehen Äh, was war das? Hallo? Ich bin hier alleine Ach, guck mal einen an Hier ist noch ein Weg Sehr schön Und hier ist eine Brücke Die... Äh, ja, toll Na super Das bringt's ja jetzt voll Das heißt, das wird Hier sein Scheiße Bedeutet das also, dass man hier nicht durchkommt? Aber da müsste doch noch Normalerweise Da müsste man doch am Lagerfeuer noch weiterkommen Oder irre ich mich da? Okay, er kann nicht ewig rennen Das haben wir ja auch schon rausgefunden So, da müssen wir jetzt normalerweise... So, hier ist jetzt die Abzweigung, ne? Ich schaue nochmal auf die Karte. So, wir sind jetzt hier wieder runtergelaufen. Jetzt kommt die Abzweigung. Jetzt können wir hier zum Lagerfeuer gehen. Und hier müsste der Weg dann hochgehen. Aber da kommen wir ja nicht mehr hoch, weil wir ja runtergesprungen sind. Das war hier. Und da kommen wir anscheinend auch nicht mehr lang. Oder? Ne. Hochklettern können wir nicht anscheinend, oder? Oder kann der klettern? Ne. Verdammt. Ich will jedem... Ihr merkt es wahrscheinlich schon. Ich habe keine Lust... Ich versuche, die Dunkelheit zu umgehen. Ich habe ja keine Lust, da lang zu laufen. So. Okay. Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich... ...irgendwie da lang. Ich frage mich nur, wie wir da durchfinden sollen. Denn... So, jetzt befinden wir uns hier. So, hier war der Zettel dran, ne? Und hier geht es dann... ...geht es dann zur Hütte. Aber wir kommen hier nicht zurück. Das verstehe ich hier in mir nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Oder können wir hier dran hochklettern? Ne. Ich habe mich jetzt so ein bisschen an Far Cry erinnert, deswegen... auch immer so Wurzeln, wo man runterklettern kann. Äh, hoch und runterklettern kann. Ja, und jetzt kommen wir natürlich wieder in den Bereich, wo es dunkel wird, ne? Jep. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, man kann auch nicht runtergucken, irgendwie. Verdammt. Sind wir von der anderen Seite eigentlich schon mal runtergegangen? Ich kann mich da gar nicht mehr dran entsinnen. Gibt es hier vielleicht noch einen Alternativweg oder so? Den wir vielleicht noch nicht gesehen haben? Hier zum Beispiel geht es auch lang. Wo kommen wir denn hier hin? Äh, okay. Achso, das ist nur so eine Abzweigung. Ich will da nicht schon wieder runter. Ich will da nicht schon wieder runter. Da geht es doch nirgendwo lang. Das ist doch alles Sackgasse. Na komm, wird schon dunkel. Ich weiß es doch. Ich weiß es genau. Jetzt wird es dunkel. Jetzt weiß ich ja natürlich überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Ich glaube, wir sind jetzt hier runtergelaufen. Jetzt geht es hier rum. Und hier. Ich habe keinen Plan, wie wir... Obwohl, warte mal, wir können doch... Ach, ich bin doch auch so hohl. Wir können doch Schnellreise machen. Oder geht das nicht? Ach, natürlich. Ich bin so... Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Natürlich, Flex. Wir können doch Schnellreise machen. Verdammt. Ich habe wahrscheinlich schon jemand im Chat reingeschrieben. Schon die ganze Zeit. Ey, Motto, Schnellreise. Motto, Schnellreise. Du hast doch das Lager. Naja. Wie gesagt. So. Ich frage mich immer noch, was es für Gestalten sind. Und mich reizt es ja jetzt irgendwie trotzdem nochmal in die Hütte zu gehen, wo wir vorhin waren. Auch wenn es mich ein bisschen, ja, geschockt hat, dass der Typ da im Kleiderschrank stand. Ist wahrscheinlich so ein Pädobeer gewesen. So, warte mal. Ähm, dann reisen wir mal... Pass auf. Reisen wir mal hier hin. Reisen wir mal da hin. Jetzt kommen wir dann da... Ah, guck mal. Das ging... Das ging aber echt schnell. So, pass auf. Jetzt befinden wir uns ja hier oben, ne? Versuchen wir mal hier reinzukommen. Irgendwie hier so. In dem Bereich. Das heißt, das müsste theoretischerweise... Tudududun. Norden ist rot, ne? Oder? Ist natürlich super, dass der Kompass natürlich auch auf Russisch ist. Finde ich natürlich super. Bringt natürlich viel. Es wäre dann quasi... Warte mal. Wenn hier das Lager ist... Dann müsste es rechts liegen. Kann das sein, dass es hier lang ist? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es müsste, wenn, dann in die Richtung sein. Theoretischerweise. Es kann sein... Schauen wir mal eben. Es wäre hilfreich gewesen, wenn wir so eine Markierung... ...setzen könnte oder so. Oder wenn man seinen Punkt sieht auf der Karte. Es wäre vielleicht ein bisschen hilfreich gewesen. Aber nun gut. Es ist ja ein Exploration-Spiel. Survival! So. Okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Obwohl ich mir gar nicht so sicher bin, ob wir in dem Spiel... ...auf dem richtigen Weg sind. Denn, äh... ...in dem Spiel will ich einfach... Ja, ähm... ...schnell wie möglich ein Haus ins Warme. Okay, wenigstens ist es hier schön hell. Ich brauche meine Taschenlampe nicht. Es wird nicht dunkel. Der Himmel ist... ...und dreht sich nicht wieder. 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 Ah, guck mal. Wasser. Wasser ist zum Waschen da. Da oben leuchtet was. Aber da komme ich gar nicht... ...ich komme mir gar nicht hin. Hab ich nicht gerade... ...hab ich... ...hab ich... ...ja, ja. ...hab ich nicht gerade noch gesagt, wie schön hell das ist? Okay, da oben komme ich eh nicht hin, weil... ...ähm... ...weil man da irgendwie nicht klettern kann. Alter. ...schreib dir doch die Koordinaten auf, Flexi. Ja, was bringt mir das denn? Ähm. Ähm. Ja, ist doch gut. Ja, alles gut. Alles schön. Hier ist wieder hell und alles ruhig. Jetzt kommt gleich hier ein Säbelzahntiger von Far Cry. Und erledigt mich. Ich sehe es schon kommen. So als Easter Egg. Ich sehe nichts außer Schnee. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich habe schon wieder gedacht, an den Baum da hinten, da steht jemand. Alter, ich habe so Paras, ne? Das ist... Ich bin so geschädigt vom... ...von Horrorspielen. Das ist unfassbar. Ich darf sowas nur noch mit dem Arzt und Apotheker spielen demnächst. Vor allem, wenn Virtual Reality kommt, dann muss ich sowieso einen Doktor hier neben mir sitzen haben. Der dann permanent meinen Puls misst und mir zwischendurch auch mal eine Valium einschiebt. Und vielleicht auch noch ein Zäpfchen. Man weiß es nicht. Zur Beruhigung nur. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine kleine Folgenpause für YouTube. Und, ähm... Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.